Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, heute geht es um eine ein bisschen kompliziertere Geschichte. Es geht um China, es geht um Litauen, es geht um Deutschland, es geht um die EU, es geht um die 17 plus 1 Staaten und es geht um viel, viel Geld und um Geschäfte. Es ist ein bisschen kompliziert, es gibt auch verschiedene Ansichten, wie meist, wenn es um eine wichtige Geschichte geht. Auch hier gibt es verschiedene Meinungen und ich will aber versuchen, so neutral wie möglich zu berichten, habe deswegen auch verschiedene Artikel rausgesucht aus unterschiedlichsten Quellen und möchte anfangen mit diesem Artikel, weil der meiner Meinung nach am meisten deutlich macht, was eigentlich los ist. Und zwar, es ist ein Artikel vom 17. Dezember 2021, also vor ungefähr einem Monat. China exklusiv. China übt Druck aus auf Deutschlands Firma Continental, das wissen wir, das ist die große Reifenfabrik. China übt Druck aus auf Continental, damit Continental die Geschäfte mit Litauen verbricht, stoppt. Also, Vilnius, Frankfurt, Vilnius in Litauen, Frankfurt, China übt Druck aus auf den deutschen, ja nicht nur Reifenmacher, sondern Autoindustrie, Teil der Autoindustrie, Autoteile macht Continental, dass Continental keine Teile mehr nutzen soll, die in Litauen gemacht werden. Das wurde Reuters mitgeteilt aus zwei verschiedenen Quellen, denn es geht dort um ein Disput zwischen China und dem kleinen baltischen Land, nämlich Litauen. Und es handelt sich dabei, also der Grund für diesen Streit ist Taiwan. Taiwan. Denn die Chinesen, das wissen wir alle, Taiwan ist im Augenblick so wirklich so ein Streitthema in der Welt zwischen China und der Rest der Welt. Und China versucht sich ja immer gerne durchzusetzen. Und China sieht ja, die chinesische Regierung sieht ja Taiwan als eigenes Land. Es ist, China sagt, China und Taiwan sagt, nein, ist es nicht. Und Taiwan hat eine eigene diplomatische, ein diplomatisches Büro, also eine, eine Embassy, also ein Representative Office, vielleicht nicht ganz eine Embassy, aber ein Representative Office, also ein eigenes diplomatisches Büro in Vilnius eröffnet. Und das finden die Chinesen überhaupt nicht so toll. Und die haben gesagt, das geht gar nicht, denn das ist kein eigenes Land. Und China möchte jetzt Litauen dafür bestrafen. Und ja, und das soll jetzt passieren mit Hilfe Ausländischer, anderer Länder und anderer Firmen. Also, und hier sagt einer der deutschen Industrie-Sprecher, dass dieser Druck nicht nur ausgeübt wurde bei Continental, sondern auch auf etwa ein Dutzend anderer Firmen, hauptsächlich aus der Auto- und aus dem Agricultural, also aus der Landwirtschaft, aus den Sektoren wurde dieser Druck ausgeübt. Na ja, und China hat gesagt, das ist nicht so, es handelt sich da nicht um Druck, sondern, na ja, also, es wäre nur ein, ein, ein Vorschlag, denn man könne kein Vertrauen mehr haben in die Produkte aus Litauen. Ja, auch viele chinesische Firmen würden Litauen nicht länger als einen Partner sehen, dem man vertrauen könnte. Das ganz kurz erklärt über die Situation, die, äh, die zurzeit spielt. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter, jetzt gehen wir ein bisschen zurück. Hier die Washington Post berichtet, das ist aus, äh, also vom 14. Januar, es ist also noch nicht so lange her. Litauen lernt gerade, wie teuer es ist, also was es kostet, wenn man sich gegen China aufbäumt, ohne dass man von der EU, äh, also unterstützt wird. Und es könnte sein, dass Litauen tatsächlich dazu gezwungen wird, sich, äh, also zu sit back down und diese, diese diplomatische Stelle, dieses diplomatische Büro zu, zu, ähm, zu schließen wieder. Denn das ist auch ein Problem in der ganzen Geschichte, was, äh, was spielt, dass halt die EU offensichtlich nicht bereit ist, äh, Litauen in dieser ganzen Geschichte zu unterstützen. Ganz im Gegenteil, äh, dass da auch noch Druck ausgeübt wird. Also offensichtlich, ne? Ähm, ja, also, China hat also schon, äh, steht hier, also in der Washington Post auch nochmal, dass Firmen unter Druck gesetzt wurden, die Geschäfte machen mit Litauen und hat auch gesagt, also Europa solle keine Teile aus Litauen mehr importieren, ähm, und, und, und. Und, also, hier kommt auch nochmal was zu Frankreich, zur Frankreich, zur Situation Frankreichs, auch zu den, äh, zu den Olympischen Spielen. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Kommt auch ein Video übrigens zu. Ja, also das ist die Situation. Hier nochmal die Washington Post. Hier, das ist die alte Geschichte, die auch noch übrigens mit eine Rolle spielt. Das ist also sozusagen, ähm, hinter den Kulissen nochmal. Äh, Litauen ist ja, ähm, wann war das? Am, letztes Jahr, 21. Mai 2021 war diese Mitteilung, dass Litauen aus dieser chinesischen 17 plus 1 Gruppe, ähm, ausgestiegen ist. Und Litauen hat auch andere EU-Länder gesagt, es wäre gut, wenn ihr uns folgt. Äh, andere, vielleicht sogar andere baltische, kleinere baltische Staaten. Ähm, kommen wir gleich auch noch drauf. Also der litauische, äh, Auslandminister für, äh, Foreign Cases, Foreign Minister, also der Auslandsminister hat da gesagt, also das sollten auch andere machen. Also es ist ein bisschen was los in der Welt, hinter den Kulissen. Äh, hier nochmal dieser Continental, hier nochmal, ähm, ich wollte hier nochmal eingehen auf die, äh, also, ähm, auf diese, auf diese 17 plus 1, das hatte ich doch hier nochmal irgendwo. Okay, jetzt, äh, ah, hier ist es nochmal, genau. 17 plus 1 Initiative, äh, verliert China gerade seinen Charme in Central und Eastern Europe. Denn, äh, nicht nur Litauen, sondern auch andere, äh, osteuropäische Länder, äh, sind nicht mehr so ganz zufrieden mit diesem 17 plus 1, äh, Zusammenarbeit, Kooperation. Und, ähm, auch in Budapest gibt es Fragen und, 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 nee, Quatsch, Budapest gibt es keine Fragen. Falsch, sorry, das ist, äh, in Budapest wurde, äh, äh, das, äh, gegründet 2012. 2017 plus 1 wurde das gegründet, dieses Format, diese, dieser Zusammenschluss und 2021 ist Litauen, wie gesagt, ausgestiegen. Und, ähm, Slowenien, äh, hatte auch schon, ist auch schon mit einem großen Fragezeichen mit dabei. Sagen wir es mal so, ganz vorsichtig. So, hier gehen wir weiter, das hatten wir, äh, das hatten wir auch, ne, das nochmal gesehen. Und hier nochmal eine Analyse zur Situation in Europa. Äh, jetzt ist es also so, laut dieser Analyse, dass, äh, jetzt deutsche große Firmen den Druck auf Litauen vergrößern, damit sie wieder, ne, damit sie sich wieder mit China vertragen. Weil ansonsten könnte das wirklich viel Geld kosten. Hier, Multinationals dragged into Disput by Lithuania Blockade. Also China hat ja Litauen schon blockiert und jetzt werden immer mehr, äh, internationale Firmen mit reingezogen, weil China sagt, wir können mit euch keine Geschäfte mehr führen, wenn ihr noch Geschäfte führt mit Litauen. Also China droht da auch schon, ne, das könnte dann sein, dass in Zukunft vielleicht die Firma Continental oder andere Firmen dann womöglich, äh, nicht mehr in China Geschäfte machen kann. Und ob das Litauen wert ist, ne, also so mal geguckt auf die ganz große Weltbühne, mal sehen, wie das weitergeht. Also jedenfalls interessant ist, dass dieser Druck, ähm, dass der dann, wir reden hier immer über Zusammenhalt, auch bei Bürger. Sie wissen, das ist immer eines meiner ganz wichtigen Themen, auch auf einem anderen Kanal. Und, äh, wir sehen aber, wenn das nicht funktioniert mit dem Zusammenhalt, ja, dann kann ich wirklich ganz viele, äh, auch Firmen, nicht nur Menschen, sondern auch Firmen ganz leicht unter Druck setzen. Es ist auf der großen Weltbühne der Business, der Firmen nicht anders, als auf der Weltbühne der Bürger. Hier nochmal, äh, und zwar ist das vom 26. Januar 2022, also ganz, ganz aktuell, hier exklusiv deutsche und chinesische Firmen, äh, abandon, also lassen Litauen fallen, äh, über, und, und wollen damit klar machen, dass es, äh, also keine Diskussion gibt in dieser Taiwan-Frage. Und hier steht's dann nochmal, deutsche und chinesische Firmen, äh, lassen abandoning, also lassen sie fallen, ne, lassen sie im Stich, lassen Litauen im Stich, by relocating their production or sourcing products from elsewhere to average risks, as the Baltic countries' mistake on the Taiwan question continues to spark tension with China and pose risks for global businesses, firms told the Global Times on Wednesday. Also die Global Times berichtet ganz aktuell, dass sowohl Deutschland wie auch chinesische Firmen, ähm, also Litauen im Stich lassen, besser gesagt, keine Geschäfte mehr führen möchten mit Litauen, damit also tatsächlich sie, Litauen, seinen Standpunkt hinsichtlich Taiwan nochmal überdenkt. Ja, und hier, äh, steht nochmal, dass man gehofft hatte, dass das Litauen, die, äh, die Regierung in Litauen was macht, haben sie aber nicht gemacht. Und, ähm, ähm, große Firmen in Litauen und other European countries, ähm, are planning to abandon their businesses in Lithuania and transfer production to other countries. Also sie wollen, äh, Litauen links liegen lassen und wollen ihre Produktion dann in Zukunft in anderen, äh, Firmen in anderen Ländern verlegen. Ja, also, äh, also, äh, wer ist dabei? In Deutschland gehört die Klassmann-Deilmann-Gruppe dazu, eine Manufacturer of Substrates for Prational Horticulture. Also, äh, dann gehört dazu, also die Subtrate für den Chines, für chinesische, äh, Kunden werden normalerweise in Litauen gemacht und jetzt werden sie nicht mehr in Litauen gemacht. Das hat, äh, das hat, äh, Moritz Böcking, der CEO von Klassmann-Deilmann der Global Times am Mittwoch mitgeteilt. Und, ähm, also die Container, die angekommen sind in den chinesischen Häfen mit den Produkten für die Chinesen, die werden jetzt an Kunden in anderen Ländern verkauft. Wir finden das sehr, sehr schade, aber wir müssen auf diese Situation reagieren, sagt Böcking. Na, ja, klar, Business as usual. Es geht um Business und so etwas kann natürlich dann viel Geld kosten. Es ist immer eine Entscheidung, die man macht und jeder muss selber entscheiden, welche, welche Entscheidung er trifft. Ähm, ja, auch der, äh, Manager von, ähm, von Klassmann-Deilmann, äh, wird jetzt also verlegt, der Katzmiras Kaminskas, der wird, äh, äh, er wird das also in andere europäische, äh, äh, Factories, also für, äh, andere europäische Fabriken verlegen. Ja, und, äh, und, äh, die deutsche Baltic Chamber of Commerce, also hat gesagt, dass, äh, the Chamber actively advocates for the interest of its members, also sie stehen ein für die Interessen der Mitglieder und sie arbeiten auch zusammen mit den deutschen und litauischen Firmen, um Lösungen für diese Situation zu finden. Ja, hier geht's noch ein bisschen weiter und, ähm, da steht die ganze Geschichte nochmal. Es ist eine spannende Geschichte und ich werde sie natürlich auf dem Laufenden halten, wie es da weitergeht.